Grüß euch miteinander! Heute zeigen wir euch, wie man beim Fußball rückwärts läuft. Das muss man nämlich auch manchmal machen, wenn man zum Beispiel einem Gegner nicht vorbeikommt. Nur das Blöde ist, wenn wir rückwärts laufen beim Fußball, schauen unsere Zehen trotzdem nach vorne. Das heißt, alles was wir beim nach vorne laufen verwenden, funktioniert da leider nicht. Da haben wir einen Trick dafür. Zum rückwärts laufen brauchen wir nämlich auch unsere Fußsohlen. Da gibt es eine kleine Aufwärmübung dazu. Georg, wir machen das jetzt mal miteinander. Der Ball bleibt liegen und wir schauen, dass wir abwechselnd mit dem linken und mit der rechten Fußsohle immer den Ball berühren. Geht's, Georg? Also, 2, 1, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und der Ball ist heute bestmöglich, liegen bleiben dabei, wenn wir gut sind. Können wir sogar nach vorne schauen oder in den Himmel schauen und es funktioniert trotzdem. Gut? Ja. Da gibt es etwas, was man dabei beachten muss und das zeige ich jetzt mal her. Das ist nämlich immer dann, wenn man mit dem einen Bein abspringt, muss man mit dem anderen Bein die Position wechseln. Wir zeigen euch das wieder in der Zeitlupe her, dass ihr das genau seht. Immer dann, wenn das eine Bein in die Höhe geht, geht das andere Bein weg. So, und jetzt, Georg, jetzt zeigen wir, wie wir rückwärts laufen, oder? Ja. Wir müssen jetzt ein paar Schritte rückwärts laufen. Was machen wir? Wir machen die selbe Übung, nur dass man dabei nicht liegen bleibt, sondern dass man immer so ein bisschen mit der Ferse mitnehmen. Zeigen wir es her. 3, 2, 1, GO! Und rückwärts. Ja, genau. Und das schaffen wir. Zehn Schritte und dann gehen wir wieder nach vorne. Also, das ist ganz schön anstrengend, aber es ist wichtig, weil manchmal kann man beim Fußball vorne nicht mehr durch. Dann muss man ganz schnell wenden und rückwärts. Und mit dem Trick funktioniert das. Das ist ganz schön.